Väter benennen sehr präzise, was sie in diesem Moment tun, aber wirklich nur das. Sie leben mit dem Kind im Hier und Jetzt. Väter haben eine große Bedeutung für die Kinder, auch im Bindungsaufbau. Ich habe eine Zeit lang gearbeitet in einer Mutter-Kind-Einrichtung und zunehmend zogen da auch Väter mit ihren Kindern ein, was ja relativ neu war. Früher hieß es immer Mutter-Kind-Einrichtung. Und dann habe ich die Väter beobachtet und habe gesehen, die spielen ganz anders mit den Kindern. Also die liegen auf dem Boden, sind sehr körperbetont. Und so kam die Idee, auch die Väter mit der Kamera aufzunehmen, um ihnen zu zeigen, was braucht mein Kind, in welchen Momenten und was kann ich machen, um mein Kind im Selbstvertrauen zu unterstützen oder den nächsten Entwicklungsschritt anzuregen. Das war der Ursprung für mich, mit Vätern auch zu arbeiten. Und ich habe gemerkt, dass sie sehr frei waren, also mit den Kindern zu spielen, dass die Kamera überhaupt keine Rolle spielte. Es war fast einfacher als im Kontakt mit den Müttern. Und da nochmal ein leichter Zugang da war. Bei Marte Meo sprechen wir von der Interaktionsanalyse. Das bedeutet, es geht um Aktion und Reaktion. Ich schaue ganz genau, was tut das Kind. Es hat vielleicht eine Aktion und zeigt zum Fenster. Und was passiert dann? Und was sehen wir? Vater dreht den Kopf mit, schaut aus dem Fenster und sagt, du siehst den Vogel. Hört sich gar nicht spektakulär an, ist aber unglaublich wichtig für das Kind. Weil das Kind in dem Moment weiß, oh, Papa hat wahrgenommen, dass ich was Spannendes gesehen habe. Er ist bei mir, wir haben beide die gleiche Blickrichtung und ich bekomme Worte für das, was ich gesehen habe. Und der Charme der Methode ist, dass es so kleinschrittig ist und leicht nachvollziehbar. Da geht es um kleine Dinge. In welchen Momenten kann ich meinem Kind Leitung geben? Wie tue ich das konkret? Was tue ich, damit mein Kind den Ablauf beim Zähneputzen zum Beispiel erlernt? Was kann ich tun von außen als Vater, um meinem Kind dazu zu verhelfen, dass es selber eine Struktur entwickelt? Erst nehme ich mal die Zahnbürste, mache die mal ein bisschen feucht. Also um diese kleinen Schritte geht es bei Marte Mio. Wenn die Väter die Videos sehen von sich und ihrem Kind, ist häufig erstaunender, oh, das mache ich, das habe ich gar nicht gewusst. Oder auch eine tiefe emotionale Rührung zu sehen, ich bin so liebevoll. Ich habe sofort gesehen, dass mein Kind eine Pause braucht und habe ihm die Pause ermöglicht. Oder ich habe gesehen, ah, das Kind braucht jetzt mal den Körperkontakt und ich habe mich angeboten. Dass das so wichtig ist und dass ich jetzt so ein nettes Gesicht gemacht habe, das ist mir gar nicht so deutlich gewesen. Und dass mein Kind so lange in der Konzentration bleibt, zum Beispiel beim Wickeln. Und als ich die Windel genommen habe und habe gesagt, so, jetzt tue ich die Windel mal zur Seite, da ist mir gar nicht aufgefallen, dass mein Kind mit dem Blick folgt und genau schaut, was ich mache. Und wie wichtig das ist, dass ich genau benenne, was ich tue. Und dann kann es natürlich auch passieren, dass diese Rührung so groß wird, weil fast so ein bisschen Trauer da war, das hätte ich mir auch gewünscht von meinem Vater. Ich wusste gar nicht, dass ich dazu in der Lage bin, so feinfühlig mit meinem Kind umzugehen. Da passiert emotional eine ganze Menge. Und es ist sehr unterschiedlich, wie Väter damit umgehen. Ob sie zulassen, dass sie so gerührt sind und da kommt vielleicht sogar eine Rührungsträne. Oder erst mal schnaufen, sprachlos sind. Oder vielleicht auch einen Scherz machen, um erst mal mit dieser Emotion klar zu kommen und das gar nicht so nach außen zu zeigen. In den Eltern-Kind-Einrichtungen, da ging es vorrangig darum, die Väter dazu zu bekommen, mit dem Kind zu sprechen, weil da viel Schweigen war. Das erst mal wortkarg war. Es lässt sich also nicht sagen, alle Väter tun das so. Generell ist mir aufgefallen, dass Väter vielleicht im Vergleich zu Müttern weniger mit den Kindern sprechen, aber präziser. Väter benennen sehr präzise, was sie in diesem Moment tun. Aber wirklich nur das. Sie leben mit dem Kind im Hier und Jetzt. Jetzt mache ich dir eine neue Windel. Da geht es gar nicht darum, und gleich gehen wir einkaufen oder auf den Spielplatz, sondern es bleibt bei dem, was jetzt dran ist. Das ist eine Unterstützung, die für das Kind optimal ist, weil es in dem Moment Worte bekommt für das, was gerade passiert. Und damit kann es leichter kooperieren und sich gut darauf einstellen, was jetzt dran ist, was für jüngere Kinder sehr vorteilhaft ist. Weil das eine Möglichkeit lässt für den Dialog. Kurze Sätze bedeuten, ah, jetzt schaue ich mal, ob mein Kind was sagen möchte. Und damit kann ich einen Dialog anregen. Das ist oft viel hilfreicher für das Kind, um in Kontakt zu kommen, als so lange Sätze zu haben und wenig Pausen und wenig Möglichkeiten darauf zu antworten. Aufgefallen ist in der Beobachtung, dass Väter häufiger Spielfreude zeigen, dass sie auch mal Versteckenspiele machen, dass es wildere Spiele gibt. Aber sicherlich gibt es auch genauso Väter, die sich mehr für Trösten anbieten. Und die Mutter ist diejenige, die spielt. Das wird es geben. Aber ich glaube, die Mehrzahl der Männer, wenn die die Wahl hätten, soll ich jetzt mal wickeln oder mit dem Kind spielen, würden sagen, ich nehme das Versteckenspiel oder das Fangenspiel oder das erste Fußballspiel oder so. Ist mein Eindruck das, was ich so beobachtet habe. Väter stehen zur Verfügung und lassen Kinder auch mal experimentieren mit Dingen, woran Mütter nicht direkt denken. Also zum Beispiel Feuer machen. Man kann wunderbar mit einem Zweijährigen ein Feuer machen. Wenn Kinder den Umgang mit bestimmten Dingen lernen, dann ist es ja oft viel einfacher, damit umzugehen, als sie davon fernzuhalten. Und auch andere Dinge, also dem Kind zuzutrauen, ich weiß genau, du schaffst das, da hochzuklettern. Ist doch für das Kind ein unglaubliches Vertrauensvorschuss. Papa weiß, dass ich das kann. Dann kann ich das. Dann werde ich daran wachsen an dieser Aufgabe. Dann kann ich Selbstvertrauen aufbauen. Das bedeutet für das Kind ja viel, zu merken, Oh, ich darf heute die Treppe alleine hochgehen. Und wenn ich die hochkrabbel oder runtergehen, Mama trägt mich. Dann ist es eine Möglichkeit für das Kind zu merken, man kann unterschiedlich mit Dingen umgehen. Und ich werde ermutigt in meinem Explorationsverhalten. Also ich denke zum Beispiel an Spielplatzsituationen, wo Kinder zum ersten Mal die Leiter hochgehen zur Rutsche und der Vater da ist und deutlich macht, ich bin da, ich trau es dir zu. Und ich bin dann da, wenn du mich brauchst. Aber ich weiß, du kannst es schaffen und den Erfolg dann eben so beim Kind lässt, dass das Kind es feiern kann. Und ich bin da, ich bin da, ich bin da. Untertitelung des ZDF, 2020